Die Spinnen transportiert heute und es ist eine ausgebüxt. Na, keine Sorge, ich zeig's Ihnen mal. Könntest du das mal halten für mich? Das hier ist das Exemplar. Gut im Auge behalten. Ich möchte nur da oben schauen. Sie merken sich, prägen sich die Eilen? Wo ist sie hin? Na? Da war doch gerade eine Spinne. Na, na. Oh Gott. Wo ist sie hin? Oh mein Gott. Das ist eine ganz seltene Spinne und die wurde hier gesichtet. Schauen sie mal. Na, schauen sie hin. Nein, danke. Wo ist sie? Das blieb schon auch noch ziemlich schwar. Ich bin ganz vorsichtig. Ich tu nichts. Na, habt ihr Angst vor Spinnen? Die sieht ungefähr so aus. Die ist wie muss der Scheiß testen. Nein, nein, die sieht ungefähr so aus. Lass euch die Kamera zu. Wo ist es hin? Warte. Ah, oh, oh, warte. Warte. Ja, leider nicht. Wo ist hin? Ah, nein, nein. Das ist gar nicht so schön. Oh! Was ist denn? Was ist er? Oh mein Gott, ich hab... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!